Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Trainingsvideo vom Samstag, 9. März. Wir haben uns ein bisschen zusammengetan, ein paar von unserem Powerlifting Club ORS und gingen ins Silverback Fitness und führten dort das Training durch. Super Gym, alles was das Powerlifting und Bodybuilding Herz begehrt. Wahrscheinlich das beste Gym in der Schweiz. Man sieht mich hier beim Aufwärmen für Squats ein bisschen die Tiefe fühlen und als ich leider feststellen musste, ich habe wieder ein bisschen ein Issue im linken Fussgelenk. So beim Aufwärmen, als ich da probiert, den maximal tief zu gehen, kam die linke Ferse ein bisschen vom Boden weg. Das heisst, dass ich dort ein bisschen ein Mobility Issue habe. Ich muss dem ein bisschen Beachtung schenken. Während dem Squatten passiert mir das nicht, aber das deutet darauf hin, dass dort irgendwas ein bisschen im Argen ist. Jetzt geht es, aber ich bin sowieso, man sieht es zwar jetzt ohne Schuhe, sieht man es nicht, dass das Fussgewölb, ja ganz leicht, das Fussgewölb ein bisschen gegen innen einbricht. Ist natürlich ein Miner-Problem, aber ja, nötig ist das nicht. So, 120 Kilo, aufwärmen. Danach gingen dann schon die Arbeitssätze los. Immer noch sehr bescheiden das Gewicht. 150 Kilogramm für vier Wiederholungen und sechs Sätze. Das ist die 65% Woche. Eben, ich gehe im Moment so irgendwo auf ein Maximalgewicht bei mir von 225 bis 230 Kilo aus. Also mehr kann ich nicht, hüftbedingt, Trainingsstand bedingt. Das ist halt, was ich aktuell kann. Ich werde am Ende des Videos, also nach dem Trainings-Footage, noch ein bisschen über meinen Trainingsplan, also die Aussicht über die nächsten paar Einheiten von den Mail-Lifts ein bisschen philosophieren und dann zeigen, welche Gewichte ich dann so verwenden werde. Die 150 Kilo gingen gut von der Hand, technisch zufrieden. Was ich nicht zufrieden bin, linker Fuss sieht man wieder, dass sich die Fussspitze hin und wieder ein bisschen abhebt. Das war jetzt nur bei einer oder bei der ersten Wiederholung, aber ich glaube, es wird im Verlauf der Sätze noch deutlicher. Das sind alles so Dinge, die ich während dem Liften nicht sehe, aber nach dem Liften dann zum Glück erkenne. Wenn ich daran denke, probiere ich das natürlich immer zu korrigieren, aber ja, denke natürlich nicht immer dran. Letztes Training wurde mir zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht von einem Zuschauer, also von einem anderen, der am Trainieren war, dass ich beim Bankdrücken auch den Fuss immer wieder ein bisschen bewege. Das ist ein altbekanntes Problem. Für solche Feedbacks bin ich sehr froh, weil das nicht alles Dinge sind, die sich so einschleichen und schwer zu korrigieren sind und im Wettkampf nur dazu führen, dass man ungültige Lifts absolviert. Es ist schon interessant, während dem Liften dachte ich, die seien ultra tief, ich sei wirklich übertrieben tief runter. Wenn man das noch auf dem Video sieht, dann denkt man, okay, war knapp gültig. Also viel Reserve war das nicht. Perspektive täuscht natürlich ein bisschen. Man kann da die Safeties oder den Fuss des Racks nehmen als Maßstab oder als Hilfe. Einfach waagerecht die Linie nach hinten ziehen ist natürlich verwirrend, aber der zum Beispiel hätte ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, eher ungültig gegeben, der erste. Die anderen sind ein bisschen besser. Ja, Gewicht war keine Herausforderung. Hüftproblematik, also in der Hüftregion, es ist ja nicht die Hüfte als solches, also das Hüftgelenk. Es ist etwas muskuläres, ziemlich sicher. Wird immer besser, aber war natürlich spürbar. Spürbar ist es dann vor allem auf der Seite der Wade und ein bisschen eben beim Gluteus. So, Bank drücken, aufwärmen, habe ein bisschen was mit der Stange vorhin gemacht und Rotatoren und Schultern aufgewärmt. Und das sind jetzt ein paar Wiederholungen mit 70 Kilo. Danach standen auch Vierer an, 65 Prozent, 115 Kilo. Das heißt eben, ich traue mir irgendwas zwischen 165 und 170 aktuell zu. Das sind jetzt die 115 Kilo. Das waren leicht aufgerundet. Ich glaube, gerechnet waren es 113. Natürlich ein bisschen aufgerundet. Gingen locker. Probierte die Füsse am Boden zu halten. Sieht man jetzt nicht ganz auf diesem Kameraausschnitt. Aber in der Tendenz, man sieht es schon, dass das linke Bein auch hier immer, das ist immer ein bisschen die linke Seite bei mir, dass der Fuss ein bisschen nervös auf dem Boden steht. Gewicht war easy. Soll es auch sein. Sieht auch nur 115 Kilo. Nächste Woche oder nächste Einheit sieht man da schon wieder anders aus. Übrigens, die anderen Member vom ORS, die dabei waren, haben durchaus interessante Lifts absolviert. Also wie wir an da 190 Kilo Bench versuchen. Und auch von einem anderen Athleten 200 Kilo Bench. So wie von einem dritten Athleten von der 105 Klasse so locker 260 Kilo Tätlift. Also das sieht sehr, sehr gut aus für den Wettkampf in etwa zwei Wochen. Die Deutsch-Schweizer Meisterschaft im Powerlifting vom KDQS. Dort wird der eine Athlet, der eben 260 Kilo Tätlift da locker gedätliftet hat, in der 105 Kilo Klasse antreten. Wir erwarten so 280 Kilo oder mehr von ihm im Deadlift. Auch Bankdrücken machte ich sechs Sätze, vier Wiederholungen. Die konnte ich mit relativ wenig Pause für meine Verhältnisse, das heisst zwei, drei Minuten und nicht fünf, sechs bis zehn, was es dann auch schon mal gibt, durchziehen. Zur Freude meiner Club-Kameraden machte ich dann am Schluss noch Single-Lag Deadlift, was man hier sieht. Mit 50 Kilo und jetzt mit, ich mache die jetzt konsequent mit der Bar. Mit Kettlebell ist das ein bisschen angenehmer. Das ist so. Ich kann besser die Balance halten. Und so muss mich nicht so leicht zur Seite neigen. Problem bei Kettlebell ist, oder finde ich, das Progressieren. Das geht natürlich viel besser mit der Bar. Da kann man Gewicht sehr granular steigern, wenn man das möchte. Kettlebell ist das weniger möglich und dann hat man dann verschiedene Kettlebells in einer oder in beiden Händen und ist, ja, ein bisschen suboptimal. Ich mache das lieber mit der Bar, tatsächlich, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, aber gefällt mir besser. Heute das erste Mal mit 50 Kilo. Letzte Woche waren, oder letztes Training waren es dann noch 40. Und dieses Mal habe ich mich nicht so verkrampft, oder krampften die Muskeln nicht so, wie auch schon. Sondern, das war nicht gerade angenehm. Es ist eher eine unangenehme Übung, aber man merkt deutlich, wie ich mich daran anfange zu gewöhnen. Wie die ganze neuronale Adaption, die Verbindung zwischen Hirn und Muskeln über die motorischen Einheiten, wie das sich verbessert, ich das besser ansteuern kann, eben auch Gleichgewichtsgefühl sich entwickelt und ich mich so auf den eigentlichen Lift konzentrieren kann. Und so sollte auch das Gewicht dann anständig gesteigert werden können. Trotzdem denke ich, auch wenn ich da maximal dann Balance habe und die Übung intus, viel Gewicht wird bei Single Leg Tail Lift nicht gehen. Im zweiten Teil dieses Videos möchte ich ein bisschen meinen Trainingsplan wie angekündigt näher bringen, wie ich das mache, was da für Überlegungen zum Teil dahinter sind. Also respektive nur punktuell für das ganz grosse Picture reicht die Zeit nicht oder das ist auch langweilig da, wenn ich monologisiere über meinen Trainingsplan. Sondern ich möchte dann punktuell zeigen, wie das aussieht für die nächsten Tage. Wie ich das Ganze technisch gestalte, das habe ich schon an einem anderen Ort gezeigt und ein Video zugemacht, das auf dem Kanal Aufimpaar ist. Wir haben da ein Tool, in Anführungs- und Schlusszeichen, entwickelt. Ich komme aus der IT und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das ist nicht eine Applikation oder ein Programm im eigentlichen Sinne, sondern das ist im Wesentlichen ein Excel-Sheet, respektive ein Google-Docs-Sheet. Mit der einen oder anderen Formel und Funktion, die das Leben so ein bisschen vereinfacht und nicht so, dass man halt jedes Gewicht und jede Übung wieder aufschreiben muss. Da gibt es ein bisschen Pull-Down-Menüs, da gibt es da ein bisschen automatische Generierung von Gewichten, da wird ein bisschen Progression gerechnet und so weiter. Keine grosse Hexerei, sondern einfach so ein bisschen Hirnschmalz und Zeit investiert, um das Handling ein bisschen einfacher zu gestalten. Ich möchte das mal in eine Software portieren, weil da gibt es natürlich immer gewisse... Man stösst schnell an die Grenzen von einem Google-Docs-Sheet. Nur schon eine Datenbankanwendung wäre viel sinnvoller. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als das zum Beispiel auf irgendeinen Lump-Stack zu portieren. Oder es kommt eine Neuentwicklung gleich, wenn man das portiert. Aber so superkomplex ist das nicht. Also das ist auch machbar. Ich bin zwar Informatiker, ich habe mich aber schon lange nicht mehr mit Software-Engineering und schon gar nicht mit Software-Development auseinandergesetzt. Das würde dann so irgendwie ein Privatprojekt geben oder ich finde irgendjemand, der das nach meinen Vorgaben dann ausprogrammiert. Weil eigentlich ist das jetzt nicht mein Hobby Nummer 1, Software zu entwickeln. Ich bin auch nicht sonderlich gut da. Und vor allem nicht schnell. Anyways. Also, mein Trainingsplan. Wir sehen, am 9. gestern also, war Squats. In dieser Übersicht übrigens, in wen ich stecke, das ist hier die Coach-Lasche. Da entwickle ich, also entwicklen ist auch ein grosses Wort, aber da stelle ich den Trainingsplan zusammen. Sei das für mich oder sei das für die Handvoll Trainees, die ich da mit meinen Trainingsplänen beglücke. Okay. Das ist soweit vereinfacht, dass ich da relativ einfach kann die Übung wählen und dann die Art und Weise, wie trainiert werden soll. Also nach welchem System, Ideologie, Schwerpunkten, These und so weiter soll trainiert werden. Ich habe mir da ein paar, die ich immer verwende, umgesetzt. Das ist Brillebin, bedeutet, in Relation zum Einserem, hier jetzt zum Beispiel 65%, wird eine gewisse Anzahl von Wiederholungen und Sätzen durchgeführt. Das kann ich so wählen und dann macht es mir das automatisch. Oder wenn ich jetzt hier Brillebin wäre, eine Prozentzahl angebe, irgendwo an einem anderen Ort habe ich die 1RM-Gewichte hinterlegt. Ich kann, die werden dann ständig, wenn sich das aktualisiert, verbessert, werden dann entsprechend erweitert oder neu berechnet. Und das so, dass dann jetzt im Trainingsbereich, ich gehe jetzt auf Lasche 1, das, okay, ist nicht hier, ist nämlich schon in Lasche 2. Es sind immer sieben Trainings pro Lasche. Das hat auch einen gewissen Grund, ich möchte jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Also ich habe definiert Squads und jetzt alles, was hier steht, wird automatisch generiert. Sprich, ich habe da die Übung Squads, ich habe da das System Brillebin, 65, 65%, rechnet mir das Gewicht. Da oben seht ihr da ein bisschen Formul, seht da keine Hexerei. Er rechnet das Gewicht, wie viel das sein müsste. Brillebin, 65, bedeutet, wir machen 4 Raps. Das ist jetzt bereits ein Trainings, das ich durchgefügt habe. Darum steht hier im roten Bereich, rotes Teamer, dort, wo der Athlet, der Trainee, was einfüllen kann und soll. Und an den anderen Orten ist er natürlich blockiert, dass die nicht die ganzen Formeln kaputt gemacht werden. Und hier hat man jetzt noch die Möglichkeit, das zu overrulen, das Gewicht, was hier gerechnet wird. Wenn man einen guten Tag hat oder einen schlechten, kann man da sagen, ah, ich mache nicht 150, ich mache 155 und dann könnte man da das Gewicht eingeben. Ich habe da jetzt schon overruled, wahrscheinlich war es kleiner, ich kann das mal kurz rausnehmen und schauen, was passiert. Ja, weil ich jetzt nachher natürlich 150 verwendet habe, da macht das hier keinen Sinn mehr. Aber so kann man das overrulen. Hier sieht man es gut, oder? Hier habe ich auch overruled. Ich habe das Gewicht gerechnet, war das 113. Ich sagte, ah, passt mir nicht in 115, weil 113 eine unschöne Zahl ist und ich mich gut fühlte und sowieso noch nicht ganz am Limit bin bei Benchpress, habe ich das entsprechend overruled. Ja, eben, das macht es mir selber, weil ich vorhin ein Squad gesagt habe, weil ich Brillebin gesagt habe und natürlich die Anzahl Sätze. Okay, das hier jetzt 6 an der Zahl, macht es mir natürlich auch automatisch. Ich gehe wieder zurück zum Coaching-Bereich, sehe hier, habe ich dann Benchpress, gleiches Schema, auch Brillebin. Hier bei Single Leg Deadlift habe ich ein anderes Satzsystem, wenn man so will, verwendet, nämlich Wrap Driven. Hier ist die Anzahl Wiederholungen, das maßgebende, habe ich das so gesagt, Wrap Driven. Dann werden mir diese beiden Felder hier grau. Ich sehe gerade, da hat es noch einen Fehler. Bei Benchpress dürfte das nicht grau sein, weil grau bedeutet, du musst etwas ausfüllen. Aber hier hat das irgendwie einen Format, Formatierungsfehler. Ich korrigiere das da kurz und dann ist das da gut. So, jetzt seht ihr, das ist weiß jetzt hinterlegt, bedeutet, da muss ich nichts ausfüllen, weil ich jetzt da gesagt habe, Wrap Driven sind die mir grau hinterlegt worden, die Zellen. Das heisst, ich muss es ausfüllen, nämlich, wie viele Sätze möchte ich machen und wie viele Wiederholungen. Und da kann ich nur sagen, wie viel Prozent vom aktuellen Maximalgewicht die Rechnungsgrundlage sein soll. Da kann ich wählen, habe ich mir so abgestuft, dass ich das wählen kann im Prozent. So, ich möchte ja ein bisschen zeigen, wie es weitergeht die nächsten Tage. Das kann ich am besten hier zum konkreten Training. Gehe ich dann nachher nochmals zurück. Gut, also gehen wir auf etwas Spannendes. Bent overall, so ein Overhead Press ist nicht so entspannend, aber hier Deadlift. Wunderbar. So, die grossen Säulen, Pillars meines Trainings sind die Einheit Squat und Bench, also in der Einheit, in der ich Squat und Bench neu mache. Früher hatte ich das noch getrennt, mache das wieder neu. Ich finde das wieder sinnvoller, ich habe das lange Zeit so gemacht, dann wieder nicht. Jetzt wird es wieder sinnvoller. Also ihr seht, auch bei mir ist es so, je mehr ich das über das Zeug lese und erfahre und Erfahrungen sammeln mit mir und mit Trainees und mit anderen Leuten, desto mehr Wechsel gibt es und desto mehr sehe ich. Und am Ende des Tages, ich glaube, man braucht keinen fancy Trainingsplan und überlegt und ausgeklügelt und so weiter. Ein paar Grundideen muss man einhalten, dass man vielleicht jetzt nicht gerade mit dem Beinstrecker probiert, seinen Squat zu verbessern und dass vielleicht 25 Sätze für Squats oder für Deadlift nicht so schlau sind und dass man nicht jedes Training einen Maximalversuch macht. Ich glaube, wenn man solche einfachen, rudimentären Dinge einhält, dann funktioniert jeder Trainingsplan. Nichtsdestotrotz bin ich da ein bisschen nerdy unterwegs, weil mich das Ganze seit der Kindheit, ich glaube, ich habe mir mit 12, 14 Jahren, 14 wahrscheinlich, war ich, meinen ersten Trainingsplan geschrieben. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie das auf dem Zeichenbrett für das geometrische Zeichen, wenn ich da mein Papier eingespannt habe und die Einteilung des Blattes und dann Übungen aufgeschrieben und wie viele Wiederholungen und wie viele Sätze und so weiter. Mir bereitet das Freunde und ich probiere da, natürlich probiere ich immer die neuesten Ideen und besten Überlegungen einzubauen, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn ich ehrlich bin, funktioniert hat bis jetzt alles und so, dass wirklich mal etwas, was man sagen muss, boah, das ist viel besser als das, das gab es nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, vor allem wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, dass man die Ermüdung managt und dass man nicht in jedem Training bis zum Ausdruck ist angeht. Und ich glaube, wenn man das einhält und noch ein paar andere Dinge, dann funktioniert es. Ich habe viele Bekannte in meinem Freundeskreis, die trainieren alle ganz anders als ich und die sind alle auch stark oder stärker oder viel stärker und ich weiss nicht, ob das dann dem Trainingsplan geschuldet ist oder ob da ganz andere Dinge zusammenkommen, aber wenn man, ich glaube, die Magic im Trainingsplan sucht, dann ist man verloren posten. Der Trainingsplan trägt seinen Beitrag dazu, aber ich glaube, die Einstellung, die Passion, der Enthusiasmus, die Ausdauer, dass man dranbleibt und so weiter, das sind viel wichtigere Dinge. Also ob ich jetzt da 60 oder 65 Prozent arbeite. Ihr merkt, ich lache ein bisschen selber über mich, ich muss mich immer ein bisschen da belächeln, weil, finde ich, es gibt dann Zeiten, da ich immer, finde ich, stecke viel zu viel Energie hinein für das, was rauskommt, weil, ja eben, wie gesagt, es gibt stärkere Leute und es gibt Leute, die das besser machen. Wie auch immer, andere Diskussion, zurück zu meinem Trainingsplan, Deadlifts. Und jetzt, eben die Pillars sind für mich das Squat-Training und dieses Deadlift-Training. Und da schaue ich, dass der Zeitpunkt zueinander nicht zu eng ist. Also ich brauche da einen gewissen Zeitraum dazwischen. Ich habe vielleicht noch einen Mini-Pillar, das ist diese Einheit hier. Diese Speed-Einheit mit Cleanse, Speed-Squats und Speed-Bench. Seht ihr hier vom Typ Speed. Das heißt, ich brauche, auf was achte ich? Ich achte, dass ich von dieser Einheit zu dieser Einheit mindestens 72 Stunden habe. Das heißt, ein Tag 24, zwei Tage 48, drei Tage dazwischen. Auf das achte ich. Und ich achte darauf, dass ich nach diesem Training mindestens drei Tage Zeit, also wieder 72 Stunden, Zeit habe bis zur Deadlift-Einheit. Es kann mal sein, dass das ein Tag weniger oder mehr, mehr ist immer gut, aber dass das auch mal weniger ist, wenn es irgendwie nicht einpasst. Ihr seht auch, mein Trainingsplan orientiert sich nicht an einer Kalenderwoche. Ich habe meine Trainings, die haben zueinander eine gewisse Logik oder eine Abhängigkeit, aber ob jetzt das in ein Sieben-Tage-Schema passt oder nicht, das ist mir völlig egal. Ich bin völlig entkoppelt zu dem. Natürlich hat das Vorteile, wenn man die Trainings in eine Kalenderwoche passt, weil das Leben, das restliche Leben, weil es gibt ja noch ein bisschen mehr als nur Training, findet in dieser Sieben-Tage-Woche statt. Und immer am Montag ist Montag und am Montag machen wir das und dann am Dienstag geht man Auto waschen und am Dienstag und am Mittwoch trifft man die Freunde und so weiter. Natürlich, das soziale Leben hält sich und das Arbeitsleben an einer Woche. Mein Trainingsplan gibt Vorteile, Nachteile, wie alles. Wie auch immer, so hier drei Tage, drei Tage. Und dazwischen ist das, was ich als so Auffülleinheiten bezeichne. Das heisst nicht, dass ich dort weniger engagiert bin, vielleicht ein bisschen, aber im Wesentlichen geht es mehr darum, ja, was kann ich dann trainieren, dass es nicht interviert mit den anderen Dingen. So, und jetzt rücken, also eine Pull-Einheit geht natürlich super. Dazwischen da auch ein bisschen Overhead-Geschichten gehen natürlich auch noch. Hat natürlich ein bisschen einen Einfluss auf Bench. Bench ist aber das, wo ich denke, wenigstens Erholung braucht. Und deshalb stört mich das nicht, wenn ich hier Overhead-Geschichten und auch Trizeps, Pushdowns und so weiter mache. Und dann am nächsten Tag Speed Bench. Jetzt, das ist sicher nicht hundertprozentig optimal für die Speed Bench, aber es, wenn ich jetzt da Squats machen würde, wäre das sicher schlecht. So, dann eben so ein bisschen Pause. Und jetzt kann durchaus sein, dass ich jetzt diese Einheit von hier dann nach vorne schiebe, weil zwei Tage oder drei Tage einfach umsitzen. Das finden wir alle nicht so lässig. Kann auch sein, dass ich da hier irgend so was Kardiomässiges mache. Oder, oh, Hilfe, Schimpfwort, was Crossfit-artiges mache. Das ist durchaus denkbar. Gut, also die Pillars. Schauen wir doch mal das Deadlift-Training an, wie das aussieht. Das hat Bench schon gesehen. Das war auf dem 9. Das war das nächste Deadlift-Training. Sieht wie folgt aus. Competition, Deadlift, Pilip-System. Ich steigere da auf 70% vom Maximalgewicht drauf. Hat natürlich Konsequenz auf Wiederholung auf Sätze. Sehen wir dann, wenn ich ins konkrete Training zurückgehe. Und so steigere ich mich durch. Oder dann eine Woche oder als nächste Einheit. Ihr seht auch, ich sage immer Woche dabei. Ist das ja nicht eine Woche, sondern einfach die nächste Einheit vom gleichen Typ. Gehe ich dann auf 75%. Ich steigere mich da langsam im Gewicht. Alles andere Wiederholungszahlen, also Gesamtwiederholungszahlen, geht zurück. Vielleicht sind es trotzdem gleich viele Sätze, aber weniger Wiederholung. Also Gesamtwiederholungszahlen geht runter. Workload, also Wiederholung mal Satz mal Gewicht, geht runter. Aber Ausbelastungsintensität, das ist das Mass, das besagt, wie nahe man ans Muskelversorgen geht. Das geht rauf. Oder auch, wie in der Sportwissenschaft wird das als Intensität bezeichnet. Das ist übrigens auch, was viele Leute, und vor allem komische Influencer und sonstige YouTuber, die tausende von Trainingskunden haben, aber keine Ahnung von der Trainingslehre, Im Trainingskontext heisst Intensität, näher am 1RM-Gewicht. Intensität im Sportwissenschaftlichen Kontext heisst nicht, es ist anstrengend. Intensität heisst, 3RM ist die kleinere Intensität als 2RM. Und 1RM ist natürlich die höchste Intensität. Das ist auch etwas, das natürlich, weil das Wort Intensität in unserem normalen Sprachgebrauch anders besetzt ist, natürlich schwierig, aber im sportwissenschaftlichen Kontext ist Intensität, beschreibt das Mass an Entfernung, wenn man so will, zum Maximalgewicht, dass man in der Lage ist zu bewegen. Also ein Satz mit 80 Kilo, auch wenn ich nur eine Wiederholung mache, ist im sportwissenschaftlichen Kontext intensiver, oder falsch, hat die höhere Intensität als ein Satz mit 60% vom 1RM, aber ich mache 20 Wiederholungen. Wahrscheinlich bin ich dann näher am Muskelversorgung, wenn ich nicht schon drin bin, als der andere, aber wie gesagt, Intensität beschreibt Mass an, oder wie nahe man am Maximalgewicht ist. Gut, also, ich steigere da die Intensität, steigere ich also, dann noch auf 75 Kilo und danach auf 80. Und wenn ich 80 erreicht habe, mache ich dann nur noch Doubles, dafür etwa 8 Stück. Danach fange ich wieder von vorn, also das ist mein Makrozyklus, und innerhalb dieses Makrozyklus gehe ich dann wieder auf den Anfang hin, und fange mit 55% an. Das ist dann so wie ein kleiner Deload, und das mache ich ganz bewusst so, da spare ich mir die kompletten Deloads, habe ich immer so etwas Ähnliches wie ein Wettkampf-Peaking, weil Gewichte gehen rauf, Wiederholungen gehen runter. So, das ist so eine der Grundideen von Peaking, da kommen dann noch zwei, drei andere Komponenten hinzu. Aber ich habe gemerkt für mich, ich kann nicht via Rounds mit dem gleicheren, oder gleichbleibender Intensität trainieren, sondern ich muss da ein bisschen variieren. Das, was man im normalen Unterhypotrophie-Phasen und Kraftausdauer und Kraftphasen usw. versteht, das mache ich in verschiedenen Makrozyklen. Und da, ihr könnt das auch Mikrozyklen nehmen, aber Mikrozyklen ist für mich innerhalb des Makrozyklus dann. Aber egal, ich möchte gar nicht abschweifen da. Ich mache das über ein paar Wochen und fange dann immer wieder von neu an. Das gibt mir auch die Möglichkeit, so körperliche Beschwerden, die sich mit halt mehr Ermüdung anhäufen, durch die steigende Intensität, dann wieder auskurieren zu können. So viel, also das ist die Idee. Praxis zeigt ein bisschen was anderes, ich habe mich trotzdem verletzt, obwohl ich das schon so gemacht habe. Und wo habe ich mich verletzt? In der 75%-Phase. Und nicht mal in der 85%, aber natürlich eher im höheren Bereich. Hätte ich damals schon wahrscheinlich diese Woche mit weniger Gewicht gemacht, hätte ich das ganze Theater mit dieser mühsamen Verletzung getroffen. Zurück zum Daily-Training. Also 70%. Nächstes Training ist die 75%. Übernächstes Training ist die 85%. Dann geht es zurück auf 55%. Dazu mache ich Floor Press. Neu jetzt. Führe ich ab nächstem Training neu ein, weil ich möchte irgendeine Variante von Punch machen, respektive einfach meinen Drückapparat trainieren. Nicht mit Bank drücken, weil mir das zu viel ist, die Competition Lifts. Ich denke, das ist unklug. Andere sehen das anders. Wie gesagt, ich weiss nicht, was das Beste ist. Es ist mir auch egal, was das Beste ist. Ich mache so. Ich habe meine Überlegung. Das ist übrigens was, was ich ganz wichtig finde. Neben dem, dass ich sage, wahrscheinlich funktioniert alles, sage ich, man muss eine These haben. Ich habe meine Thesen. Ich habe Thesen und aufgrund meiner Thesen baue ich meinen Trainingsplan. Ich bleibe so mir ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ich bin kongruent. Ich vertrete die Thesen und laufe den Thesen nach. Und dann irgendwann kann ich vielleicht sagen, nee, Moment, meine Thesen waren nicht gut, weil ich bin nicht stärker geworden, alle anderen sind viel besser. Dann kann ich meine Thesen überarbeiten. Aber einfach mal was probieren und ah, ich habe das gehört, das ist auch noch gut. Und dann möglichst noch verschiedene Dinge mischen. Das führt nicht zum Ziel. Ist nicht messbar. Ich locke das alles. Ich kann immer genau sagen, was mir war und wie viel gebracht hat. Auch hier natürlich mit Vorbehalt zu gewissen, weil die ganzen Umwelteinflüsse, die ganzen Parameter, die man nicht mit Trainingsplan steuern kann. Wie ich geschlafen habe, habe ich den Stress im Geschäft, war ich krank. Das sind Parameter, die man nicht über den Trainingsplan steuern kann. Das sind äussere Einflüsse, auf die wir sowieso wenig Einfluss haben. Die fliessen jetzt in mein Log, wo ich die nackten Zahlen festhalte, natürlich nicht hinein. Und zwei Jahre später, genau den Grund zu finden, warum ich jetzt da stärker oder nicht stärker geworden habe, ist natürlich auch immer so eine Sache. Die Wahrheit liegt nicht alleine in den Zahlen von den Trainingsplanen. Das ist viel, viel komplexer. Und in einer idealen Welt könnte man das alles erfassen, so wie man auch Klimaveränderungen oder Wettervorhersagen treffen kann, weil man da eine Unzahl an Parameter eingibt und Hochleistungsrechnern hat, die das alles berechnen und entsprechende Algorithmen dazu. Wenn wir sowas hätten, wahrscheinlich für Powerlifting-Training, dann könnten wir wahrscheinlich noch bessere Trainingspläne machen. Aber eben, wir lassen die Kirche da im Dorf. So ein Floorpress, das ist eine Push-Bewegung an, die nicht Bankdrücken ist, aber eigentlich für Bankdrücken. Da sind viele Überlegungen dahinter. Ich möchte Bankdrücken, möchte mich aber nicht ermüden, wie wenn ich Bankdrücken würde. Ich mache das auch hier als Rear. Also ich möchte mich nicht überfordern. Rear 3 ist relativ human, würde ich sagen. Rear 2 finde ich dann schon anstrengender, also ist anstrengender und finde ich, ermüdet mich zu fest. Aber das wäre jetzt der Parameter, mit dem ich spielen kann. Wenn ich merke, ich bin nach dem Floorpress nie richtig gehalten für das nächste Bench, dann würde ich jetzt da sagen, na gut, ich gehe mal ein Rear rauf. Und wenn ich merke, ich bin total frisch, immer im Bankdrück-Training, wir wollen immer probieren, was ist möglich, ohne zu viel zu machen, dann könnte ich hier ein Rear runter. Rear 3 hat sich mir gezeigt. Ist ein guter Wert. Frontsquats, auch dazu. Überlegungen bei Frontsquats. Folgende. Deadlift habe ich für einen Posterior Chain. Da kann ich also die Vorderseite noch ein bisschen bearbeiten, ohne dass ich viel mehr Ermüdung für die Posterior Chain, also für den ganzen Deadlift, für die Hüftöffnung mir anhäufe. Weil eine zweite Deadlift-Übung wäre mir persönlich zu viel, finde ich persönlich zu viel, muss ich nicht haben, aber ich kann meine Beine sonst noch ein bisschen bearbeiten. Frontsquat wird mir wahrscheinlich die Ermüdung, die ich über das Deadliften anhäufe, ebenfalls ein bisschen steigen, aber niemals in dem Mass. Ich mache das auch hier. Drei, wenn das mir zu viel werden würde, würde ich hier anpassen. Ich mache auch nur drei Wiederholungen, aber das variiert. Da bin ich dann flexibel, da mache ich irgendwas, ich sage jetzt zwischen zwei und acht Wiederholungen. Das tausche ich auch häufig durch. Da mache ich meistens nicht jedes Training das Gleiche. Und am Schluss die Sphinx, die alle so lieben. Das bin ich am Austesten. Ich bin überzeugt von dieser Übung. Ich sehe da viel Benefits. Probiert jetzt aus, ob sie wirklich so Benefits hat oder ob man die auch einfach streichen kann. Im Moment würde ich sagen, muss man drin haben, das Powerlifting. Geht nicht ein Powerlifting-Training ohne Sphinx. Wir wissen es. Ich weiss nicht, ob Jesus Olivares Wings macht. Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem squattet er fast 400 oder fast 500 Kilo. Ja, so. Schauen wir uns, wie das in einem konkreten Training aussieht. Ich gehe da in die Trainingslasche. So, hier haben wir das Training vom 9. Da, wo es die Footage dazu gibt. So entsprechend eingeführt. So, was ist das nächste Spannende? Die Deadlifts, die wir intensiv angeschaut haben. Also, ihr seht, ich habe das vorne ausgefüllt. Deadlifts. Mir generiert es, hat Brille bis 70. Bedeutet, drei Wiederholungen. Gewichts wurde ausgerechnet. 90 Prozent. Entschuldigung, 70 Prozent von meinem aktuellen Max. Mein aktuelles Max ist so um die 270 rum. Das gibt 70 Prozent ungefähr. Es wird da hin und her gerundet. Vergiss das nicht. 190 Kilo. Und ich mache da Dreier-Wiederholungen. Ihr seht auch, es hat mir 6 Sätze generiert. Das ist so hinterlegt. Das ist so programmiert, dass bei Brille bin 70 6 Sätze geht. Ich kann das vielleicht zeigen, wenn ich jetzt da auf Brille bin 85, wie dann die letzte Woche umstelle. Und mir das Training nochmal anschauen. Ihr seht, A hat es mir das Gewicht jetzt angepasst. Respektive, ich habe da einen Maloeller Override gemacht. Ich nehme den mal kurz raus. Zu dem kann ich gerade was sagen. Aber ihr seht, 85 Prozent von 270 gibt da ungefähr 230. Das passt. Es sind nur noch zwei Wiederholungen. Und es hat mir 8 Sätze generiert, die ich dann ausführen muss. Also eben, je nachdem, was ich da eingebe, generiert es mir dort hinten. Und das habe ich damit gemeint, Ich entwickle hier mein Training losgelöst von wie viel Gewicht und wie viel Wiederholung bin ich damit belastet, dass ich jetzt das Skizoo formatieren muss, dass es 6 Sätze sind und so weiter, sondern kann hier meine Kreativität, ich kann für uns den Schluss zeigen, freien Lauf lassen und meine Überlegungen und hin und her und was ist sinnvoll und was nicht. Und bin ich damit belastet, das in ein akzeptables Format zu quatschen. So, ich stelle hier wieder um auf 70. Alles die Brille-Pin-Prozente haben wir so gemacht, dass die jetzt hier eben orange angezeigt werden. Oder ein Brille-Pin mit 10 Prozent, äh mit 20 Prozent gibt es nicht. Oder darum ist es nicht orange hinterlegt. So, 70 Prozent. Geht zurück auf die Trainingslasche. Ihr seht nur noch 6 Sätze. Das Gewicht wurde anpasst und jetzt seht ihr gerechnet und ein bisschen gründer gibt es 189 Kilo, aber ich schnalle mir natürlich sicher nicht 189 Kilo auf die Handtel. Da kommt mindestens 190 drauf. Deshalb habe ich das schon vorauseilend hier editiert. Und wenn ich das das ist auch so programmiert oder eben mit Form und so gemacht, wenn ich hier ein manueller Override mache, dass es mir anpasst. Das ist auch dazu gedacht, ich gehe ins Training oder ich mache es nochmal weg, 189 Kilo und ich merke, ich bin überhaupt nicht fit und kann hier dann nur 170 Kilo bewegen. Dann kann ich das natürlich auch entsprechend umsetzen, so dass es mir das errechnte Gewicht overrult. So, 190 würde ich machen. Ja, und eben Floorpress, ihr seht ihr, ich habe hier auch schon overrult. Floorpress stimmt mein 1RM, das ich hier hinterlegt habe, nicht so wirklich, deshalb habe ich da hier schon grosszügig overrult. Front Squats bin ich mich am pushen, habe ich auch an anderer Stelle bereits erwähnt. Habe ich auch Leistungsreserven gerechnet, wäre es jetzt 118, ich habe jetzt hier da gesagt, ich werde das mit 125 Kilo ausführen und auch Swings zur Freude aller habe ich hier schon overrult und werde die mit 60 Kilogramm probieren. Ja, dies ein kurzer Einblick bis in meine nächsten oder in meine zwei nächsten wichtigen Trainings und wie ich überhaupt zu dem komme hoffe, es war nicht allzu langweilig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. bis zum ein bis zum Vielen Dank.